In dieser Kirche, St. Lambertus Spey, wird es am 29. Februar erneut ein Konzerthighlight geben. Der Singkreis Spey hat diesmal internationale Gäste eingeladen, das Ensemble Ingenium aus Slowenien. Das Repertoire dieses preisgekrönten A Cappella Sextets reicht von geistlicher Musik der Renaissance über die Romantik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten aus Slowenien und zu Jazz-Pop-Songs. Das Konzert gestaltet der Singkreis mit Ingenium gemeinsam unter dem Titel Verleih uns Frieden. Nach dem geistlichen Teil geht das Konzert im Pfarrheim Spey weiter, Voices and Wine. Ingenium wird das ein oder andere weltliche Lied singen aus dem Bereich ihres Pop-Repertoires und auch der Singkreis wird noch das ein oder andere Lied vortragen. Das erste Glas Wein ist im Ticketpreis bereits enthalten. Als Kooperationspartner konnte dazu das vielfach ausgezeichnete Speyer-Weingut Matthias Müller gewonnen werden. Dort sind auch Karten im Vorverkauf erhältlich und jederzeit über die Sitzplatzbuchung bei Ticket Regional. So bekommen auch Konzertbesucher ihren sicheren Platz, ohne lange vorher da sein zu müssen. Und die Sicht ist eigentlich von allen Plätzen aus gut. Beginnen Sie die Fastenzeit mit einem exklusiven Konzerterlebnis für Leib und Seele. Wir freuen uns auf Sie! Untertitelung des ZDF, 2020